Jeder sucht sein Unglück und man soll ihn dabei nicht stören. Versteckst du da wieder hinter deine Sinsprüche, ja? Das war Aristoteles. Das ist mir Twitter, ihr kriegt einen Zehner, komm. Guck mal, wir sind schon wie so ein verdammtes altes Ehepaar. Ich bin's König von der Welt! Der König, wenn schon. Das andere ist ein Bier. Was willst du mir nicht sagen? Dass ich zu ringfüchig bin für die Dame oder was? Wir hörten sowas schon hier an. Na man, das ist eine Busfahrerin, Alter. Der Papst oder Symenta Fox oder wie heißt die vom Strand da? Die Endpemel. Oh, Pemel. Das ist die Gell. Auf was wartet ihr denn hier draußen? Ich muss. Ach, das ist kein Scheiß. Von hier sind wir jeden Morgen gestartet alle. Das war unser Persönschen Baikonur. Von hier ab in die Richtung hört das intelligente Leben auf. Yes, yes, yes. Modernes gelandet. Just, wir haben Kontakt. Zwei begabte und talentierte Kerle in einer Endhaltestelle. Ende, wie alles vorbei. Was philosophierst du denn hier schon wieder? Hast du denn das zu tun? Ich hab Hunger, Alter. Philosophie ist kein Pausensnick. Man, genau dit is it voll, Alter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.